Der Bruder sagt, wenn man eine Spende getätigt hat und derjenige, der die Spenden sammelt, steckt sich etwas in die Tasche ein, geht die Spende trotzdem zu Allah subhanahu wa ta'ala hoch? Natürlich, selbstverständlich, das ist ja nicht in deinem Ermessen, ja, das hat damit nichts zu tun. Sobald du die Spende gibst, aufrichtig für Allah, steigt sie zu Allah subhanahu wa ta'ala herauf.